Jo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Clash-Foral-Video hier auf meinem Kanal und zwar wieder mit Funkel Auf dem besten Kanal auf Elias Gaming Richtig und heute spiele ich das teuerste Deck. Ihr seht meine Elixierkosten 5,0 Elixierkosten Das wird teuer Justin hat mit dem Spiel auch ein sehr teures Deck ey ne? Du hast auch ein teures Deck Und bei mir sind es 6,9 Das wird teuer Lass ein Like da, lass ein Abo da und aktiviert die Glocke Okay, du musst reinschicken ne? Ich beende Erstaufnahme Ich beende Erstaufnahme Ich denke nicht Ich denke nicht Setzt sich ein bisschen Lufteinheiten rein ja? Da kommt Luft drin Genau Ach du Scheiße Ja ihr seht sein Deck, das ist auch relativ teuer Also Diese Musketiere ne? Neue Elixier Ne, weil mir ist auch alles so teuer Was machen die Gegner mit uns? Okay, let's go Was machen die? Was machen die? Was machen die Gegner? Amin, kann jemand erklären was die Gegner gerade mit uns machen? Oh, also das wird echt schwer denke ich mal Vielleicht soll ich doch die Mutterhexe spielen Aber es sieht ja eigentlich recht gut aus dann Oh So Dann haben wir mal den Igbogen mit Defense Okay Halt sie wieder drauf Wir müssen jetzt gucken wie wir das ganze machen Auf jeden Fall die Rakete Das ist das einzige, was ich gut höre Ich hab mal, ich hab mal Riese hinten jetzt gespielt Ja, sehr gut Mal schauen Du müsst dann eh nur um die Spiel rein zu gehen Aber ich weiß nicht was die machen Ich weiß nicht was die Gegner gerade machen mit uns Oh 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 War mal Feuerball Ja, hättest du an die Quäkeren, weil die Quäkeren macht die die Schade Ich dachte, die ist gar nicht mal zu gut Ja, aber die macht Schaden von hinten Wegen dem Turm hinten Was sieht gut aus? Maleritter Aber der ist auch gut Guck mal, der Pekka kommt Das ist gut, weil ich hab auch Mein Pekka im Deck Ey, bis jetzt sieht's gut aus Ey, wir haben die teuersten Sachen Und die schaffen es nicht zu gewinnen Das wäre echt nice, wenn wir das jetzt gewinnen Oh, okay, oh Gott, oh Gott Ich hab grad keinen Inferno-Turm im Deck Ey, das ist das ganze Problem bei der Sache Ich brauch unbewingen Pfeil oder so Die Quakerin Biss mein Feuerball auf die Quakerin, bitte, bitte, bitte Die machen so viel Damage aus Genau, sauber, mach rein Daher kommt, aber die sind nicht mehr weitergegangen Oh Gott Das heißt, jetzt hab ich ein Problem Jetzt hab ich ein großes Problem Keine Rakete drauf Ja, genau, ja, ja Die machen so viel Schaden, schau mal Die machen so viel Schaden, ne? Okay, gut, die haben auch einen Die haben auch einen Ey, die dürfen uns jetzt nicht corner Die dürfen uns jetzt nicht corner Immer wegen der Kräckerin Diese blöden Kräckerin, ey, die macht nicht aggressiv Die Kräckerin, hallo, wie's macht die Damage von hinten, müssen wir holen Öwe Komm, entfernt, um, ja, jetzt ist hier weg Ich hab keine Luftanheit, neunerlich ist, die ist nie zu lang, böse Geh jetzt wieder Kräckerin gespielt Ey, was sind das für, oh Okay, ich hab eine, also eine ist weg Eine Ja, aber wir können jetzt nicht sagen, dass es so Obwohl, doch, es sieht schlecht aus Ich spiel mal Entfernung-Turm Und Päcker Okay Okay Oh, ist der Erdbeben stark Ich glaub, wir schaffen das nicht mehr Verkackt Ja, hätten wir die Kräckerin geholt, hätten wir es eigentlich noch geschafft Okay, erste Round Verkackt Machen wir mal kurz, äh, eine Ey, mit diesem, mit dem Deck ist echt schwer zu spielen Alright, komm, hier Können wir mal kurz Oh, mein Oh, mein Das hat niemand gesehen Das hat niemand gesehen Komm, vorher mal schieß Okay, also ein bisschen was, wenn wir es nicht mehr so gibt es nicht mehr so einfach Nein, nein, der Lieferung ist so schwer, vor allem weil es ewig braucht um zu laden. Wenigstens ist ein Entfernungturm drin, aber der bringt es halt auch nicht. Junge Mann! Oh, ich habe die Heilerin nicht bekommen. Okay, gut, jetzt ist es vorbei, wenn der Funki spielt. Okay, gut. Okay, der ist da unten drüben. Oh mein Gott, ja, warte mal, warte mal, nein, 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 komm, komm, komm. Ach, zweite Runde verkackt. Das ist echt schwerer als gedacht. Ich dachte echt, die Challenge ist leicht. Ja, das ist schwerer. Wie viele Likes für den nächsten Part? Ja, mindestens, das weiß ich nicht, muss so wissen. Wir brauchen 10 Likes oder so. 10, oder? Ich weiß nicht, wie viele durchkommen sollen. Wie schlitt von mir, keine Ahnung. Guck mal, was er gespielt hat. Okay, mein Feuerball ist klar. Oh, ich hätte ja gar kein Feuerball mehr gebaut eigentlich. Das ist nicht sicher. Okay, das ist nicht so, ich weiß nicht, wie viele Leute. Okay, das ist nicht so, ich hab nicht so, ich hab nicht so, ich hab, aber erstmal. Ja gut, dein Dingster ist da. Der E-Chain ist eben schon stark, also der kommt bis jetzt immer durch. Oh, oh, er hat Prinz gespielt, er hat Prinz gespielt. Der E-Chain kommt immer durch, ne? Genau. Oh! Oh mein Gott. Jetzt, wenn wir keine Fehler machen, dann müssen wir keine Fehler machen. Eigentlich sagst du immer, wir müssen nur noch däffeln. Okay. Puss mal so ein bisschen rein. Oh! Okay, hätte ich nicht mehr. Ey guck mal, hier! Hä? Wir haben es geschafft! Ah! Oh Gott! Jetzt! Go! Ja! Wie sind die Leute? Irgendwie wir haben noch eine Runde geschafft. Geschafft! Geil! Für den nächsten Part, lass 10 Likes da! Lass Nabu da! Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao! Bis dahin, haut rein und ciao! Bis dahin! Bis dahin, haut rein und zu! Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020